Wie war das Mädchen? Was ist das Mädchen? Hallo. Wie war das Mädchen? Welches Mädchen? Die gesagt hat, Lara kann grad nicht. Wer? Die in dein Telefon gegangen ist. Das war die Praktikantin. Da konnte ich grad nicht. Ja? Ja. Warum? Du hast nie gesagt. Ich hab gar keine Praktikantin. Doch. Warum lügst du? Lüg ich? Warum lügst du? Ich lüge nicht. Was? 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 Ich weiß nicht. Wer war das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wer war das? Nichts. Du hast? Warum? Ja. Ja. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020